Wir sind in Bangladesch und begleiten Charles Dickinson, der für europäische Handelsketten unterwegs ist. Er überprüft, ob die Arbeiterinnen und Arbeiter in den Textilfabriken auch fair behandelt und ihre grundlegenden Rechte eingehalten werden. Diese Rechte bezeichnen wir als Sozialstandards. Dickinson fahndet nach unbezahlten Überstunden. Um wie viel Uhr machen Sie heute Feierabend? Ich höre um fünf auf und dann noch zwei Stunden Überstunden. Er versucht es nun bei einer Näherin. Und müssen Sie manchmal auch am Sonntag arbeiten? Nein. Der Fabrikmanager hört interessiert zu. Er ist zufrieden mit der Antwort. Okay, ich glaube beim nächsten Mal müssen wir das ohne Zuhörer machen. Entschuldigung, könnten Sie uns einen Moment allein lassen? Ja. Ich hoffe es geht. Okay. Vielen Dank.